Der Kapitän ist schuld, dass unser Schiff gesunken ist. Er hatte das mit dem Bermuda-Feeack einfach nicht richtig verstanden. Mit diesen Worten begrüße ich euch alle zu unserem Minecraft-Projekt mit dem Namen Gestrandet. Wer alles mit auf der Insel ist, könnt ihr in der Videobeschreibung nachlesen. Unser Ziel ist es, auf der Insel zu überleben und eine neue Welt zu schaffen. Jeder von uns nimmt das ganze Geschehen aus seiner Perspektive auf und lädt es auf seinem Kanal hoch. Zu Beginn teilen wir uns in Gruppen auf und versuchen, einen Anfang auf dieser Insel zu schaffen. Die Gruppen werden immer mal wieder neu gebildet. Mit diesen Worten wünsche ich euch allen viel Spaß und ich würde sagen, los geht's. Okay, wollen wir Gruppen bilden, Leute? Ich habe eine Idee. Wir bilden Gruppen. Wir bilden Gruppen und teilen uns auf und dann ist alles besser. Ich gehe zu den Hässlichen. Ich gehe zu dir. Gehst du zu Dauni? Party-Kruppe. Hallo, Party-Kruppe? Oh! Hervorragend. Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Projekt hier bei Minecraft. Es ist ein Gemeinschaftsprojekt von der GameStar und ihr seht es schon, ich bin gestrandet und ganz alleine auf einer Insel. Oh mein Gott, nicht ganz alleine. Wow, ich werde hier schon beschossen, ey. Hallo. Hey Leute. Buh! Buh! Yay, da kommen sie alle raus. Ja, ich bin ein bisschen spät dran, wie ihr seht. Ich weiß nicht, ich war irgendwie noch bewusstlos von der Party, die wir da auf dem Schiff gefeiert haben. Ich habe mich gerade aus dem Morast hier gezogen. Der Insel-Doc. Wir dachten eigentlich, du bist tot, Grants. Tut uns leid, wir haben uns nachgesucht. Ja. Wo ist mein Grab? Oder habt ihr mir noch nicht mal ein Grab gemacht, ey? Das Holz braucht ein Bier. Yay, was zu essen. Ich habe da noch was zugeworfen. Auf welchem Schwierigkeitsrat spielen wir eigentlich hier? Minus acht. Keine Ahnung. Normal. Ah, so. Spitzhacke. Default. So, ihr habt gerade schon über mein Schicksal entschieden. Bei wem durfte ich das mitmachen? Doch, bei euch. Bei mir. Genau. Bei mir. Wir brauchen noch einen Arbeiter. Jetzt wurde da, bis du musst da abgaben. Gut. Ja gut, Basti Keks und ich bauen an einem jeweils anderen Haus. Aber das da hinten. Die Burg da. Da waren wir zu dritt im Team mit dem Sinner Sykes und dem Kelturio. Ah, okay. Die Kelturio weiß doch gar nichts zu diesem Zeitpunkt von dem Haus, weil wir sind schon wieder umgezogen. Wir waren so weit weg. Das haben uns der Flo und ich in eineinhalb Stunden zu Rack gezimmert. Und weil wir zu dritt waren im Team, dachten wir uns, oder dachte ich mir jetzt ganz klamm heimlich, kommst du zu uns rüber? Das Haus sieht auch schon wieder besser aus als alle Häuser, die ich jemals in Minecraft gebaut habe. Okay, Gott sei Dank hast du noch nicht Basti's Haus gesehen. Ja, bis auf die Pille. Die ist doof. Aber du hast es noch eben nicht gebaut. Da bitte ich euch, baut mal gleich so ein paar Schilder. Schleichwerber. Dass wir da so, ähm, du hast Tafeln aufstellen. Dass der das von mir aus an sein Haus stellen kann, wenn er seins baut. Aber nicht an die Gemeinschaftshäuser, weil das ist so ein bisschen mehr Sykes. Wir müssen dann die Pille dann auch noch so Leitern anbringen, als wenn man da wirklich so hochgeklettert wäre, um diese Stücke anzubringen. Ey, der ganze Weizen ist noch nicht reif, oder? Äh, nee, den hab ich grad geerntet. Ich komm ab und an mal online, um einfach mal Schilder zu ernten. Wir haben übrigens, das ist jetzt ein Ritual bei uns im Haus, den Diabolische Lache Balkon. Jeder, der hier drauf muss, muss ins Tal schauen und diabolisch lachen. What? What? Wo muss wer? Zweiter Stock. Achso, der kommt noch, oder wie? Sind das Putzen? Ach, falscher Knopf. Telekom. Wieso hat, äh, Sinnersex, äh, ein Stück Dreck als Nachttisch? Ähm. Schön machig. Ja, das hab ich für die Wand zum Bauen benutzt. Achso. Schön. Auch schon sehr schön, wie hier noch die Treppe so schon steht. Ja. Ja. Warte mal, ich muss jetzt aber erst mal irgendwo gucken, ob ich hier was zu essen klauen kann. Au. Aber für mich ist das hier ein kleiner extra Part. Ich guck mich mal hier in ein bisschen anderen Gebieten auf. Aber jetzt gleichzeitig die Tür gehört. Ja, sauber, Brot ist immer gut. Danke. Ordentliches Subway-Sandwich. So. So, das heißt, wir brauchen Holz. Und? Noch irgendwas? Wood for the hood. Ich bin mal sozial und helfe hier mit. Oh, ihr habt hier Eier, Goran. Da kannst du jetzt hier ein bisschen neue, neue. Achso, diesen Baum bitte nicht fällen. Das ist unser erster Riesenbaum. Oh, der erster Riesenbaum soll ich mir wieder anbauen? Was? Ach, der Krüppelbaum da. Der, der, der große. Die großen, die sehen immer aus wie irgendeine solche Ausgeburten, ey. Den kann ich abhauen? Ja, ja, der Rest. Der Rest ist frei zum Wahlschlag. Weg zum und ganz wichtig, Schilder. Wow, ich hab ein Achievement bekommen. Achso, es kann sein, dass wir jetzt auch... Ich hab Schilder, ich kann die mal eben holen. ...alle wieder neue Achievements kriegen, weil sich ja was geändert hat seit der letzten Aufnahme. Das hast du ja gar nicht mitbekommen. Welche letzte Aufnahme? Okay, ich hab acht Schilder, ich hab acht Schilder schon. Die hatte ich noch in meiner Truhe, verdammt, jetzt hab ich ihn gesetzt. Wollen wir kurz da hinrennen? Oh, meine Axt ist kaputt gegangen. Oh, ich hab eine neue gefunden. ...lag in den Darm. Time to farm. Ach, Minecraft ist doch schön, ey. Ich renne jetzt mal zu der doofen Pille. Ja, was machen wir? Gib's mir auch ein Schild, ich möchte auch was da malen, wenn der Grants hier weiterbaut. Warte, nee, das Spektakel lass ich mir nicht entgehen. Dankeschön, ich hab auch Leitern, damit wir da hochklettern können. Direkt boykottieren? So, das geht ja nicht. Können wir da so ein rotes X vormachen oder so? So, ich hab auch schon mein Feuerzeug gecraftet. Ein Schild. Ja, ich glaub, ähm, Fire Spread hab ich extra ausgestellt auf dem Server, weil das ist das beschissenste, was, glaub ich, einem passieren kann. Sicher ist sicher, ja. Ah, das ist schön, dann kann man aber auch mit Lava bauen, wie man will wahrscheinlich, oder? Ja, du kannst den ganzen Fußboden mit Lava füllen, wenn du willst. Die Pille ist einfach wirklich zu groß, das geht nicht. Das muss weg. Scheiße, jetzt muss ich mir erstmal ne Truhe machen und dann kann ich... Warte, ich, äh, ihr ganz... Warte, ich, ich pack's dir direkt vor. Warte, ich geb euch jeden nochmal ein Schild. Hab's ja. Werbe Tafel. Geh mir die Schilder, ich bring sie an. Dein eigenes. Was schreiben wir denn mal? Wenn du in Folge 140 ein eigenes Raum... Ja, ich hab schon was dran geschrieben. Jo, ich auch. Ich hab geschrieben, die Pille muss weg, wir sind das Volk. Ich hab geschrieben, bitte abbauen, danke. Bitte abbauen. Ah, herrlich. Stimmt, wer baut so ne Apotheke hier? Was denn das sind wir krank? Aber das Haus sieht auch schon ziemlich gut aus. Das ist das Pornohaus. Wir haben minus 8 Stockwerke. Doch, ich hab mit dem geilsten Namen ever unterschieden. Wir haben einen Keller, wir haben... Mining Keller, wir haben hier unten noch so ein... Hä, warte mal, ich dachte, du machst bei den anderen... Hä, ich dachte, du machst hier bei Goran auch mit. Ich nicht, ich bin hier bei dem Haus. Das ist ja gerade das Speciale. Das ist die Krabs... Krabs 1. Den kenn ich, glaube ich, gar nicht. Wäre da eigentlich dein Skin nehmen müssen. Why not Seidberg? Ah, hier unten hier so ein Keller. Oh man, ich bin neidisch. Keller im Keller. Keller im Keller im Keller. Ah, ich will jetzt nicht direkt alles zeigen, ey. Keller Sapsion. Ich aber. Ja, du bist ja auch schon in Folge 30, aber ich bin noch in Folge 1. Wir haben hier die ganze Schlucht zugebaut, dann geht's hier rechts noch weiter, oder? Was war mit Strip Mining? Äh, kein Strip Mining. Ich weiß noch nicht mal, was Strip Mining ist. Hat das was mit Ausziehen zu tun? Ganz viele Gänge nebeneinander. Ich folge jetzt einen Star-Lukat, damit er uns hier nichts klaut. Aber da unten... Das ist schon zu spät. Ich hab schon Eier geklaut. Wir brauchen Eier. Ich hab ja noch zwei. Warum ist das hier geschlossen, Basti? Damit keine Monster durchkommen. Da ist auch nichts mehr. Ah, dahinter ist also alles versteckt. Ich hab's verstanden. Ah, die Strip hat auch nicht ganz gereicht. Ne. Wir, äh, wir mussten, äh... Aber was war hier? Wieso häng ich hier immer fest? Ist ja ein Fehler in der Architektur. Die Dinger. Ein Fehler in the Matrix. Du bist zu groß für das Haus. Geht's in die Richtung? Kommt hier noch was? Da geht's raus, in den Wald. Aber bloß nicht rausgehen, da verirrst du dich. Was ist denn, das hier für ein dicker Bein? Da haben wir in der Folge lang nur rumgerannt. Renner, 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 renner. Hab doch hier aber schon gut durchgekloppt. Da gibt's ja hier gar keine Diamanten mehr, ey. Wenn die ganzen Minecraft-Pros hier sind. Ja. Aber bei Jaluk hat unterm Haus gibt's noch ganz viele. Nein. Bei mir unterm Haus wird nicht gebuddelt. Ne, wie haben wir denn das? Es ist doch hier irgendwie 200 Felder um den Spawn, wurde doch gesagt. Ja, da war... Da sollte nicht gestript meint werden. Also normale Höhlen und so kann man natürlich nutzen und da ein bisschen rumbuddeln. Aber jetzt nicht, dass da ein kompletter Keller, äh... in der Halle ist, weil das... Oh, ich bin, glaube ich, in dem Keller noch tiefer gegangen. Wie komm ich denn raus? Nimmst du hier die Tür hier? Eieieiei, ey. Da denkt man, der offizielle Start des Projekts ist morgen der Server offen für alle und jetzt haben alle schon hier ihre Villen gebaut, ey. Ja, bis, glaube ich, eine Woche nach dem Schlaf. Du warst so lange bewusstlos, wir haben echt nicht mehr da. Eieieiei, Mann. Den haben wir halt zwischen den anderen Krabben nicht gesehen. War halt irgendwie so eine Schere hat da rausgeguckt, aber ich hab mir nichts gedacht. Alter, Vater, ey. Oh, es ist schon wieder Nacht. Naja, dann geht's nicht schnell. Ähm, ich glaube, wir haben noch genug Wolle für ein Bett. Gibt's hier auch Creeper auf dem Server, ja, ne? Ja, sicher. Und die zerstören auch, äh... Und die machen immer viel kaputt. Sehr schön. Naja, wir haben... Dann lock doch den Creeper jetzt mal zur Pille. Oh, oh, was ist hier passiert? Geil, erste Folge und gleich mal hier Stress machen. Wir konnten es leider nicht wieder aufbauen, weil wir keine blaue und rote Wolle hatten. Schade. Wo seid ihr denn jetzt wieder? Ich bin jetzt in einer anderen Katakombe. Ich bin jetzt erst mal wieder zurück bei meiner Notunterkunft hier. Ich fäll mal wieder ein paar Bäume hier, die bei der, ähm... Da, wo der Dorfplatz hin soll, später. Oh, wo soll der Dorfplatz hin hin? Das würde ich gerne wissen. Ja, komm mal zum, ähm... Strand. Kahle Fläche, wo man vom diabolischen Nachbalkon rauskommt. Da müssen wir eine Straße einfach bis dahin bauen. Ah, dann seh ich das hier, glaub ich, schon. Hier ist nämlich ein Schild in der Mitte. Da, da würde ich sagen, bauen wir da irgendwie so einen runden Platz hin mit dem schwatten Brett. Ach, hier, okay. Das heißt, wir sind am weitesten weg vom Dorfplatz, na egal. Ja, darum bauen... Also, das ist ja eh das Gemeinschaftshaus. Darum bauen wir den ja hier. Ich werde mir garantiert hier irgendwo auch in der Nähe mein eigenes Haus dann zimmern. Mein eigenes Haus ist noch weiter weg als das Gemeinschaftshaus. Ja gut, das ist dann, äh... Warum ist der Dorfplatz nicht bei mir? In deinem Wohnzimmer, ne? Ihr hattet, ähm, weißen Boden, ne? Also, dieses ganz helle Holz bei euch, Grenz und Daniel, ne? Ach so, okay. Äh, ja, da habe ich Warte mal, dann schmeiß ich mal dem Grenz hier mal kurz ein helles Holz hinter die Füße. Kann er das gleich wieder oben. Da bin ich aber froh, dass ich jetzt dieses komische Texture-Pack hier hab, weil ich hab sonst immer Mises und leider gibt's Mises aber noch nicht. DeFoul! Yeah! Ne, ich hab jetzt, äh, wie heißt das andere hier nochmal? Sphinx oder so? Ja, Sphinx. Alle nehmen Sphinx. Ich kann's nicht mehr sehen. Ich find das echt gut. Ich kann's nicht mehr sehen. Wurde mir empfohlen. Ja. Von der Minecraft-Pro. Ne, ich weiß nicht, ich hab sonst immer Mises, bloß Mises gibt's für 1.7 noch nicht, beziehungsweise es gibt auch Optify noch nicht, das heißt, mein PC würde gnadenlos abkacken. Abschisseln. Ja, aber richtig, ey. Abschiffenisseln. Oh, oh, hier wachsen Bäume. Ich bin mal gespannt, wann der Calturio das nächste Mal aufnehmen will, in der verlassenen Hütte von euch aufwacht und denkt, fuck, nichts geschehen, loppt sich aus und irgendwann kriegt er dann mit. Das kann ich, das kann ich ja nochmal, äh, hier in der Aufnahme sagen. Wir hatten einen Aufnahmetermin und, ähm, ich meine, wir wussten nicht, der Flo und ich, ob, also der Sphinx, Zeigst, äh, ob wir, ob er das noch mitbekommen hat, dass wir um 19 Uhr aufnehmen wollten und dann saßen wir noch um 19 Uhr und dann saßen wir da um 20 Uhr, dann haben wir den Rest aufgenommen und dann sagten wir, naja gut, dann nehmen wir auch zu zweit auf. Das macht aber alles irgendwie überhaupt nichts, dafür ist das System ja ausgelegt, dass es ja theoretisch Wurst ist, wann aufgenommen und ausgestrahlt wird. Okay, Calturio musste wahrscheinlich Hero Zero zocken. Das, äh, dieses, äh, Comic-Browser-Game da, ne? Ja, ja, genau. Da hab ich eine Gilde gegründet und er ist da drin und er ist der Beste in unserem Team deswegen. Ich hab auch mal ein Browser-Game gestartet, dann kam ein Kollege, der wollte dann unbedingt dabei sein, ich war schon, hab ein bisschen schon gespielt, alleine, und, ähm, Der hat zwar laut. Nee, das nicht, aber der, der war der Hardcore-Zucker und irgendwann hatte ich dann keinen Bock mehr. Du hast da was im Rücken, da, Lukas. Ja, einige Falle, das war total. Alter, ey, wie viel halten die Maus? Hast du, wir haben noch zufällig eine Axt oder so für mich parat, weißt du? Wissen du? Äh, Hallo? Hata, sorry. Ich steh doch genau. Ähm, Leider nicht, aber ich hab hier so eine Workbench. Ich geb dir auch deine Eier zurück. Oh, wow, was haben wir denn da geiles? Ich hab noch zwei, die reichen mir. Immerhin hast du mehr Eier als Mayonnaise. Hey, Wortwitz. Badum. So, äh, eine Axt, ich kann eine Axt aber nur aus Holz bauen. Würde das reichen. Ähm, was baust du denn für eine Steinax? Zweimal Flasterstein? Drei, oder? Hier. Achso, ja komm. Kriegst du erstmal die Holzachs, dann, solange ich hier noch weiterbaue, kannst du dann... Ich hab übrigens offscreen gerade Redstone gefunden. Boah, du hast ja was rau. Was krieg ich dir grad für einen Müll in mein Inventar geschoben? Ich brauch doch Platz. Äh, was brauchst du jetzt? Eine Axt, ne? Steine, ja. Immer die Minecraft-Admins, die dann irgendwie offscreen 100 Diamanten finden. Sind sie auf einmal nachts online. Hilfe, ich krieg's damit ohne Ende. Lass mir die Ruhe. Wo ist denn die Axt jetzt? Guck mal, die hab ich selber eingesammelt. Welches Texture-Pack habt ihr denn eigentlich, Basti und Goran? Pass auf. Das wird ganz selten benutzt. Ähm, ist auch ganz unbekannt. Moment, ich muss mal grad mal nachgucken, wie das heißt. Default. Ähm, defahult. Wow. Ich hab ein eigenes. Krass, dass es noch Leute gibt, die default nehmen, wusste ich gar nicht, ey. Ne, wir nutzen eigentlich unser eigenes Server-Texture-Pack mit extra Texturen und den ganzen Käse. Das hat auch mehr Blöcke, ähm, weil es die Sub-IDs von Blöcken nutzt. Also, ich weiß nicht, ob euch bekannt ist, dass, äh, zum Beispiel Sandstein, ähm, Sub-IDs hat. Zul ist zum Beispiel normales Sandstein, eins ist dieser Ornamentstein oder auch bei Stonebricks. Da gibt's ja diesen Ornamentstein. Oder, äh, ähm, Gessers, der Kaputte. Du meinst verschiedene Skins quasi, oder was? Also, es gibt, es gibt ja, wenn du, ähm, zum Beispiel Stonebricks hast, gibt ja die normalen, dann gibt es den gemeißelten, dann gibt es den bemosten und es gibt den, äh, an kaputten. Und das ist von der ID her 98.0, 98.1, 98.2, 98.3. Okay. So, Minecraft ist aber so cool und hat für diese Blocks eigentlich 15 reserviert. Und per, äh, Optifine und MCpatcher, ja, 0 bis 17, sorry, ähm, per MCpatcher und Optifine kannst du halt Texturen, ähm, zu diesen, ähm, IDs hinzufügen. Das heißt, äh, wenn du dann noch irgendwie Server-Plugins hast, kriegst du ja, kannst du dir die Blöcke ja ercheaten oder halt Crafting-Rezepte dafür machen und du hast dann mehr Blöcke, ohne dass die Leute einen extra Mod dafür brauchen. Achso, und das haben wir hier, oder was? Nee. Aber worauf wir hinaus wollen, das funktioniert ja bei dem Projekt nicht. Das Texture-Pack, was wir nutzen, äh, was wir normalerweise nutzen, das hat das drin und unser Server. Ähm, aber die verault hat es nicht. Machst du das hier einfach alles jetzt mit dem hellen Holz, dann helfe ich dir. Oh shit, ich hab mich in meinem eigenen Stall hier eingesperrt. Wieso hat unser Schweinestall kein Zaun? Äh, kein, kein, kein Tor? I don't know. Bleib da drin, Schwein. Schwein. Wie hoch soll denn das Haus hier werden? Ah, also das soll jetzt der oberste Stock werden, wo ich auch schon vorschlagen würde, dass wir quasi im Stockwerk mit der Dachsträge schon anfangen. Ich komm jetzt gleich auch nochmal zu euch. Wegen mir? Ich bin hier, keine Ahnung, ich kenn mich nicht aus. Use your imagination. Welche? Ah, ich seh einen roten Kopf. Was? Grenz. Grenz. Getroffen. Ich hab einfach mal aus Spaß in die Richtung geballert, weil ich nur den Kopf gesehen hatte, ganz kurz, aber nur. Sorry. kein Ding, ich hab eh noch kein Level. Schlechter Wortwitz, schlechter Wortwitz, Grenz. Hä? Hast du Krebs? Ja. Der war gut, der war gut, ja. Geil. Gold. Ah, ich, äh, guck mal eben kurz, ob mein Gold geschmolzen ist. Ich hab euch hier helles Holz mit, äh. Gold braucht doch kein Mensch eigentlich, oder? Ja, ich hab's aber gefunden. Braucht ihr ne Uhr oder so? Hier, Holz, Holz, ist sogar ne schöne Holz-Axt. Holz. Danke. Ist noch mehr Holz, Holz, Ist es nicht klüger, wenn wir einfach so ne Half-Steps nehmen? Theoretisch, aus einem Block, oder aus, da kriegst du, glaub ich, vier Stück raus, aber, Endeffekt. Ich glaub zwei, oder? Aber trotzdem, spaß dir mal hin. Ich bin dafür, wir bauen noch ein paar Petitionsschilder und hauen, jetzt kommt die komplette Pille zu. Die Pille, die muss weg. Als hätten alle das entschieden. Die Pille muss weg. Da sind wir uns einig, oder? Also ich, es ist, das kann er ja machen an seinem eigenen Haus, aber so, ich weiß nicht. Ja, aber man sieht es ja direkt. Ja, ja. Also jeder baut später noch ein eigenes Haus, oder was? Ja, es geht jetzt erstmal nur darum, dass die Versorgung gesichert ist. Okay. Du musst ja auch bedenken, du hast ja auch noch ewig viel Platz auf dieser Insel und Zeit. Genau, und weil wir sowieso alle nachher miteinander durchmischen, alle miteinander. Alles kann, nichts muss, ey. Genau, es ist wahrscheinlich sogar ratsam, dass man ein eigenes Projekt hat. Woher hast du denn die roten Ziegel? Die waren im Detail, wo mein Feld ist. Da war Clay drin. Und? Wunder dich nicht, wenn die weg sind. Keine Sorge. Bei uns hat einer versucht zu klauen. Also zumindest geguckt, habe ich ganz genau gesehen, als ich Grants das gerade gezeigt hatte. Ein Versteck von uns ist offen gewesen. Das Wort aufgehauen. Ich glaube, ich bin direkt auch in euer eines Versteck reingerannt. Ja, das hätte das unter Wasser, meinst du? Ja. Ich habe nur euren Namen gesucht und bin dann halt da genannt. Oh, was ist denn hier unter Wasser? Ja, aber ich bin nicht reingerannt, da kam nicht mehr raus. Nee, nee, ein anderes Versteck wurde gefunden und schon aufgemacht. Aber lass mal hier so offen, oder? So als Innengalerie oder irgendwie so. Okay. Warte mal. Also der rote Kopf, der lädt echt dazu ein, einfach mal dahin zu schießen. Wo bist du gerade da, Lukas? Auf dem Berg oben. Können wir mal Ziele schießen. Auf meinem Berg. So bis hier, oder was? Siehst du mich eigentlich von der Weitsicht her? Wer? Ich? Nee, Basti. Also ich sehe da so einen, so einen Cobblestone-Ausgang. Ich sehe hier niemanden, glaube ich. Wo seid ihr denn? Guck mal nach links. Ich dürfte es nicht sehen. Ach, da, ja. Und weiter in die Richtung ist dann der Dalukat irgendwo. Ich kann ja mal Besuch kommen. Ich habe ja diesmal nicht wirklich was zu tun. Wir haben übrigens die, ähm, habt ihr bestimmt auch schon gefunden, Dalukat. die, ähm, Niederlassung von, ähm, Xaras. Ja, die haben wir vorhin auch schon gefunden, genau, ja. Ja, die haben ja, die sind ja neben uns. Ja. Also ich mache hier noch eine Treppe hin, ja, dann kann man hier direkt hoch. Kommst du mich jetzt besuchen? Wunderbar. Wenn ich hin will. Ah, ihr habt ja da so einen Weg, ne? So. Ja, ich habe einen kompletten Weg gebaut. Und jetzt weiß ich schon wieder nicht mehr, was wir weitermachen müssen. Ich würde jetzt vorschlagen, dass wir quasi hier so die Dachschräge machen. Auf der anderen Seite natürlich genauso. Ach, in dem anderen Holz aber. Ja, das ist ja unsere, unsere Wandholzart. Und dann treffen wir uns irgendwo in der Mitte. viel Spaß beim Laufen. Also ich sehe da oben so einen Cobblestone-Ausgang. Da, da geht glaube ich, dass, äh, diese Höhle raus, wo die Brücke dran angeschlossen war. Einen Cobblestone-Ausgang siehst du? Ja, so einen, so, ja, ja, so irgendeine Axt. Ach, du siehst mich, ja, dann siehst du mich. So einen roten Vampir sehe ich da. Ich habe einen verzauberten Wurgen, ich kann schießen. Wir brauchen jetzt zwei weitere Zimmer, ne? Würde ich vorschlagen, dass wir eins hier hin machen und eins da. Toll, Basti, falsch verreden. Ich habe extra einen Tunnel gebaut, den man von hier oben schön drinnen kann. Ja, ich war ja schon da hinten. Du brauchst jetzt hier, äh, dein Hüter hin. ich gucke, hier oben kommt mein Haus hin und hier habe ich schon einen eigenen Pool. Ist das nicht geil? Wer immer zuschneiden wird? Ja, hausinterner Pool ist halt kalt, ne, so Eislaufbahn. Man gönnt sich ja sonst nichts. Ja, echt mal, man gönnt sich ja nichts. Muss man jeden Morgen wieder aufmachen? Muss halt, äh, ich dachte, wir sind ja auf einer Tropeninsel gestrandet. Ne, Dalu hat es schon wieder irgendwie am Nordpol. Im Schnee. Ja. Das wird zu warm einfach. So, oh, da ist schon wieder jemand kreativ. Boah, ich hoffe, ich konnte das veranstalten. Hey! Wo sind die anderen? Ich habe hier nämlich noch eine Höhle gefunden von irgendwem. Ähm, ich weiß aber nicht, wen die gehört. Ja, kann ja sein, dass die, äh, also, ein paar sind natürlich hier rumgerannt. Wir waren eben auch noch unterwegs, Goran und ich, um ein bisschen Smarted zu suchen. Erfolgreich übrigens. Und, ähm, Drei Stück. Wir haben dann ein paar, äh, Fackeln irgendwo in der Pampa gefunden, wo wir dachten, ey, so weit weg. Ja, das habe ich auch. Ich habe hier auch so eine richtige Höhle gefunden. Ich musste meine, ach, ich kann dir sogar zeigen, wie man da hinkommt. Ähm, ich finde den Eingang nämlich gerade nicht mehr. Ähm, ist relativ interessant. Weißt du, wo Ruzzleon so ist? Mal die Treppen rein. Normale Fenster oder? Ja, direkt gegenüber von uns. ich glaube Planes, also die Scheiben. Aber da hast du gar keine Fenster rein. Da hast du keine Treppen reingemacht. Was habe ich? Komm mal mit ihm. Oder was? Ach so rum. Könntest du, das machst du wieder sauber, ja? Ich muss hier noch öfter durch. Warte, wir müssen uns hier reinkloppen. Und dann normale Fenster oder diese Schmarrung. Vertraue. Boom. So, jetzt sind wir nämlich hier draußen und ich will mal stark dafür, wir machen aus Wasser und Obsidian mal ein Nether-Portal. Hier. Ja, da waren wir übrigens auch drin, haben da ein paar Wackeln verteilt, weil wir dachten, da geht's los und dann sehen wir, ah, Wackeln schon drin, alles ausgebeutet. Da haben wir hier noch ein bisschen Kohle rausgekratzt und das war's. Und ich hänge mich hier ein. Ich will vorschlagen, dass du hast da was im Genick. bei dem Haus hier aus diese Nether, wie heißen die, Nether Brick Stairs, das wäre doch ultra geil. Aber ich glaube, glaube, das wäre ein bisschen ein hochgegriffenes Ziel, oder? Ach, sei jetzt, ah, weichst du die Wand an? Ja, damit's nicht auffällt, dass hier hinter was ist. Einfach steht noch dran, hier gäbe's nichts zu sehen. Kein geheimer Eingang. Soll das Schornstein sein, oder warum sind die Bricks da so? Genau, den müssen wir aber allerdings noch höher bauen. Scheiße, Du warst jetzt die Dalu-Männchen. Ja, ich versuch den ganzen Berg für mich einzunehmen. Da kannst du dir dann auch die Werbereklame-Tafeln hinknallen, Da brauche ich eine Dalu-Island, Free Cocktails. Ach, hier hast du sogar einen Ofen. Das ist das Wintergebiet, also wenn ihr mal Urlaub, auf der Urlaubsinsel machen wollt, dann könntest du mir kommen. Du kannst in so eine Ski, ähm, so eine Ski-Piste. Ich hab übrigens, ich hab ein gutes Projekt vor, ich möchte, ähm, ein riesiges Labyrinth bauen, was sich, äh, auch live umbaut. Ja. Das werde ich hier, äh, da hab ich auch Spaß dran. Nicht leichter als das, ja. 15 Minuten, mehr gebe ich hier dafür nicht. Den, 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 den. Mit zwei Gängen, richtig oder falsch. Ja, verloren. Du bist. Und bam. So, ich hab uns eben Essen generiert. Also, boah, jetzt auch, äh, Dalu-Kal, ich weiß nicht, wieviel Skill du in Minecraft hast, aber jetzt zeig ich dir mal, was ultimatives. Ja, mach nix kaputt. Das lernt man direkt am ersten Tag bei uns auf dem Server. Du machst Dreck. Was macht er? Was machst denn du? Wo bist denn du? Wo seid ihr? Ich hol dir noch Dreck. Willst du mehr Dreck hier? Habt ihr hingeworfen? In deiner Hütte drin. So. Windfest, wetterfest und die Tür zombiesicher. Geil, ne? Toll, du hast einen Rubik's Cube gebaut. Ist dann angebrochen. Ne, mach ich wieder weg. Ich bitte drum, ich hab hier keinen Dreck. Weißt du bei euch in der Hülle? Ne. Also bei Basti? Bei, äh, Dalu Card Island. Auf meinem Mountain. Dalu Card Island. Mein Skigebiet. Sag mal, was habt ihr da für einen schönen Klotz gebaut? Das ist, äh, Sarahs Gefängnis. Also, hat sich komplett ausgetobt. Alles, was aber dranhängt, gehört mir. Zellenblock B quasi, ja. Was ist das? Dieser, diese, ähm, diese Balkone, oder was meinst du? Das ist mein, also den Turm hab ich so gebaut, hab ich da angefangen, aber den Zellenblock dahinter, das normale Gebäude. Habt ihr hier auch schon irgendwo nicht mehr ausgelöst? Und dann hab ich alles dran gebaut, hier. Und hier oben baue ich mich hin. Direkt schon keinen Bock mehr auf die Leute, ne? Ich hab schon angepistet. Die anderen wissen ja davon gar nichts. Die anderen haben ja den ganzen Stegen, alles, was im Wasser ist, wissen die doch nicht. Ach so. Das ist, da waren sie schon offline. Ja, ja, das ist alles selber gebaut. Bin gespannt, warte mal, du holst Sand, oder was? Ja, ich mit meiner, ähm, schon auf Rot stehenden Schaufel. Pass auf, und dann kriegst, kriegst du, ähm, nachher auch so ganz viel Schilder auf den Steg. Beziehungsweise will ich außerdem noch play. Ich bin sehr gespannt, was die anderen sagen. Dann muss ich mir die anderen Folgen auch angucken, wenn die irgendwie alleine aufnehmen, damit ich das mitbekomme. Ja, sowieso. So, willkommen. Alles angucken. Jetzt geht's weiter. Boah, ich hab heute voll die geile Idee, ich baue einen Steg ins Wasser. Ja, ja, mach du mal. Du, du, alles schon erledigt. Da hättest du, renn mal kurz rüber zu den anderen. Jo, da schwebt ein Block, wie ich das hasse, wenn Blöcke schweben, ey. Das ist ein Schneeblock, zufällig. Ja. Mit Feuer. An den haben wir uns beim Rückweg von der Smaragd-Höhle orientiert. Ah, okay. Meine Schaufel ist kaputt. So, jetzt verschwindet doch mal, ihr scheiß Grasdinger. Ähm, so halbe Platten baue ich ganz einfach, indem ich so ein Block frei nebeneinander. Dankeschön. Und TNT nicht vergessen. Immer TNT dazu. Oh, boom. Oh, verdammt. Mit dem TNT funktioniert der in der Außenfläche unseres Hauses einen hässlichen Dirtblock, den ich vergessen hab, wegzumachen. Irgendwer hat bei uns letztens einfach Dreck hingelegt. Das fand ich gar nicht nett. So geht's nicht. Einfach die Bude zugesaut. Ja, einfach viel Dreck mit ins Haus gebracht. Muss mal ne Fußmatte vor die Tür legen. Ja. Einfach alles voll gerotzt. Obwohl, es gibt doch jetzt Teppich, war das nicht so? Hm. Du kannst ja so ne braune, ähm, Am Morgen geh ich wieder fahren. Matze dahin packen. So. Wofür sind die halben Blöcke ganz genau gut? Also was macht man eigentlich so damit? Treppen? Ja, so Stufen halt, ne? Stufen sind das, ne? Ja, also, ja. Entweder das oder du kannst damit detaillierter bauen. Einen Boden selbst kann ich aber damit nicht bauen. Ich kann damit nur Stufen bauen. Du kannst damit, äh, Du kannst die oberhalb von dem Block platzieren, also dass sie die obere Hälfte ausfüllt oder die untere Hälfte. Es kommt drauf an, wo du hin zielst. Oder du packst zwei aufeinander, dann ist es wieder ein normaler Block. Das geht? Kann ich einfach aufeinandersetzen und es ist ein Block? Aber von derselben, von demselben. Ja, ja. Ach, kann man immer noch nicht die unterschiedlichen machen, oder? Äh, nö. Das find ich irgendwie doof. Dass wir dann, weiß weiß ich nicht, wie viele neue Kombinationen möglicher hingeben. Ja. Das würde ja exponentiell steigen. Ah! Creeper! 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 Oh nein, Leute, die Zeit vergeht so schnell. Jetzt bist du beim Bauen. Wieso? Wie lange nehmen wir denn schon auf? Ähm, ungefähr 26 oder 28 Minuten. Scheiß, die Wandern, ey. Und noch nix geschafft, ey. Nur so ein paar Bäume gefällt und irgend so ein Zombie jetzt hier hinter mir gehabt. Scheiß. Ja, toll. Man will immer weiter bauen. Wie soll ich das denn alles machen? Ich will doch viel mehr. Einfach mal die Nacht durchmachen. Das alles. Und noch viel mehr. Ich hab noch so viel vor, so viel Zeit hab ich gar nicht. Ja. Wie machst du das? Lässt du jeden Tag was hoch? Warte, hier mach ich mal noch ein. Ich lad jeden Tag, ja. Hast du noch andere Sachen zu tun auf deinem Kanal? Oder ist das jetzt dein Hauptprojekt? Ich hab ungefähr 16 Projekte am Laufen. Also ich hab, ein bisschen hab ich was zu tun. Was ist der Vorteil, wenn man wahrscheinlich eine schön flüssige Leitung hat? Ja, 150 MB, geht, aber geht, ne? Boah, da geht schon eigentlich das. Obwohl, das geht ja eigentlich schon, wenn du 25.000 hast, das reicht auch schon eigentlich. Jeder kann man nicht mitreden. Habt ihr denn schon DSL? Was? Was ist DSL? Oder wählt ihr euch noch schön ein? Ja. So Matrix-mäßig. Wir haben einen Telefonhörer auf dem Kopf. Achso, warte mal. Jetzt hab ich das ja falsch gemacht. Hier soll das ja schräg sein, was? Äh, ja. Ne, ist aber noch richtig. Warte, ich beleuchte. Ich beleuchte diese Räumlichkeiten. Haben wir auch hier jetzt unter unserem Haus irgendwie Dingens? Huch. Dingens. Ne Höhle. So, sind... Ach ne, scheiße. Kelturio, ne? Kelturio. So. Noch eine oder was? Oh nein. Noch nix gemacht hab gerade. Glaube ich, äh, fang an und, ähm, ebne die Fläche für den Dorfplatz so'n bisschen. Ich glaub, das lässt sich gut machen. Obwohl da spawnen grad ne Menge Monster. Ja, und du hast auch einen Bogen. So. Ich hab jetzt eindeutig die Zimmer beschriftet. Er hat auch schon Rüstung. Er hat ja alles. Ach scheiße, ich kann ja gar nicht mehr mit linker Steuerung-Taste ranzoomen. Bing! Oh, das Glas ist fertig. Habt ihr den Wecker gehört? So. Wie war das? Glasplanes? Drei. Nebeneinander. Hey, warte mal. Jetzt hast du ja... Ach, jetzt muss hier aber noch... Warte mal. Aber ich würd schon fast sagen, die Folge ist jetzt zu Ende. Oh mein Gott! Oh mein Gott. Das ist so arsend. Was machen wir denn mit der Treppe hier? Die Treppe kann man ja so nicht anbieten. Ja, ich würd's vorschlagen, die packen wir ein weiter rechts, oder? Also gegen die Wand. Ja, oder machen die einfach doppelt breit, oder so. Das ist sogar noch besser. So richtig dekadent hier so um die Kurve. Beziehungsweise dann auch gleichzeitig würd ich vorschlagen, dass man das beim Stockwerk da runter macht. Allerdings muss der dann... Ach nee, das geht nicht. Ah, das geht nicht. Läuft mal hier ein bisschen mal den Kram hier aus. Das ist ja unglaublich, wie viele Monster hier mittlerweile spawnen. Oder ich kann meine Zimmertür einversetzen, dann geht's wieder. Bekens, hast du schon dein Zimmer gesehen hier? Äh, nee, noch nicht. Was steht da? Why not Gransburg? Ah, sauber. Mit Aussicht auf den Zellentrakt von Sarah. Da kommt es weiter auf. Könnte es ein schöneres Zimmer geben? Ja, könnte es. Da haben die alle die Sarah gezwungen zu bauen. Ich hab da nur Sarah das Gebäude bauen. Hallo, das ist eine Frechheit. Wir haben Videomaterial. Ich hab auch Videomaterial. Ich hab nur gebaut, für mich nichts anderes gesehen. Aber das Zellentrakt-Gebäude das war ja Sarahs Werk, oder? Ja, da durfte ich mich... Also, nachdem ich... Ich hab eine Treppe gebaut fürs zweite Stockwerk, um das mal zu erzählen. Ja, und was wird mit meiner Treppe gebaut? Ich hab da oben einen Stein drauf. Den letzten Block, weil da die Decke war. Könnte man meine Treppe nicht mehr benutzen. Wär geiler, wenn sie sie einfach angezündet hätte. Nee, das möchte ich nicht. Was soll das denn? Bau das wieder ab. Du bist hier im Arbeitslager. Oh, Entschuldigung. Ich hab eine Treppe drin. Oh, Mann. Na gut, du sagst ja Feierabend, wa? Ja. Halbe Stunde haben wir, ja. Genau. Alles klar. Tschüss. Würde ich sagen, ab jetzt, ne, jeden Tag auf Dalu-Karts-Kanal bei mir muss ich mal schauen. Wie oft ladet ihr hoch, Basti und Koran? Ähm, ja. Also, alle zwei Tage laden wir ein Video hoch. Das kann aber auch sein, dass das alle andere Projekte sind. Ah, okay. Wahrscheinlich ein bisschen mehr jetzt am Anfang von dem Projekt, weil es ja so toll ist und so cool, aber so awesome. So awesome. Amazing. Okay. Much awesome. Würde ich sagen, schaut auch bei den anderen vorbei. Es lohnt sich auf jeden Fall. Alle Leute sind ja unten verlinkt. Und ja, wir sehen uns in-game, wa? Macht's gut. Tschüss.